...einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen...